Will ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Ich kutz später. Sie wollen nicht ganz mithören. Achtung, wach. Niemand hat sich und hat das Verzweck der Kinder gesehen. Talis. Seltsam. Der Auffahrer war doch immer sein Protégé. Talis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nun jemand... Was war das? Ein Steinchen? Ja. Sie können mich nicht hören. Loll. Da ist er. Es hoch. Leute, der Loot ohne Ende hier. Warten. Warten. Hey! Na, guck mal bei euch. Schön, schön, wie gesagt, Familie. Ach, Mensch, bin da richtig rassig heute, ha, 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 fress mich bitte nicht. Was war's? Sie fahren einfach nicht auf mich. Hm, hab ich so schlecht. Hast du's los? Ah, cool. Und ihr so, alles gut bei euch. Das war's. Schön, schön, schön. Und bei euch so. Das war's. Sehr lieb. Schön, 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 schön. Das war's. Keiner? Mhm. Na, 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 alles Ghetto? Oh, ich hab's da eigentlich. Oh, ich hab's da eigentlich. Oh. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Und war deine Sammel doch nicht. Wirst du das übernehmen? Ich hab gesagt, deinen Sammel doch nicht. Mal, wie kommt da drüben hin? Oh. Da drüben sind noch Blumen. Da muss ich mal schauen. Was soll ich da drüben sein? Rodrik, du bist dran. Ja. Wow. Wow. Hm. Das war alles, wenn auch nur so gut ausschaut. Schnell. Gut, komm, in die Rand läuft. Vorsicht. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Der Schnee ist geschmolzen. Ja. Seit dieser Sendung hat man nie mehr auf. Oh. Kümmerst du dich um ihn? Du bist erledigt. Weg. Blödsinn! Die Mehr du dich wehrst desto schneller wirst. Schön hierbleiben. Ist alles gut? Du bist eine Schweine! Leыми! Wir gehen nicht mit dem Weg. Wie kurz hat der jetzt getroffen? Der Fug? Okay. Der Kug des Jungen mit zwei Wachen in Vermeine für jeden. Ich wusste nicht, warum. Deine Wachen ist so fest bezahlen. vor allem unnatürlich ich wäre auch gerne so stark kleiner du hast eine ganze ratten armee rodrig müssen wir das öffnen ich sehe keinen hebel ich kümmere mich darum auf dein zeichen das übernehmen klaaar bin ich hübscher du hast du schon Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2019 Komm, kletter hoch. Ja. Bastard. So. Haben wir jetzt mit Weiß hier weggepuppt. Wollen wir so suchen. Na ja, man kommt zu. Im Geschäft steht, siehst du das nicht. Gar keine Zeit mittels. Und Jungs. Nee, blöde mittels. Nein. Der Sonne brennt, okay. Keine Zeit. Ähm, hier ist noch ein bisschen was wieder. Auch, nee, so steigen. Was? Hm. 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 so guck mal gucken dass seine bataillon das kommt das ist ja erstmal hier kurz bei mir dabei so sieht es aus der kammer ich möchte mal wahrscheinlich nur so und bekomme kohle ich spreche sie auf ja brech mal nur Attacke, 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 Attacke. Alter, was macht denn der Dicke hier oben eigentlich? Kackt in der Ecke und warte auf dem Osterhausen, du. Hm. Nicht du, siehst du doch. Geschafft. Sieht gut. Liegt sie gut? Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert nicht daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Warum nicht? So. Ja, okay, was ihr habt, oder? Oh, Alter. Schade eigentlich wirklich. Schade eigentlich wirklich. Scheiße. Toller Plan. Nein, Amisje, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass hier nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Ja. Halt mal, danke. Oh, voll mit Stoff. Oh, lustig. Nur Mut. Schaffst du das? Ist recht. Mhm. Die Decke stützt gleich an. Oh, schade. Beruhig dich. Oh nein, bitte nicht. Nicht die Decke. Ja. Du hast den. Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Hm. Ich brauche vergiften Küche trotzdem. Das muss der Ausgang sein. Ja. Ja. Digga. Ich mach mal lieber. Ziemlich ruhig für einen Tag der Wunder. Die hast für dich. Verlass dich auf mich. Okay, du bist verlassen. Schön. So, zack. Zack. Aufgepasst. Wir wussten. Das Eindruck. Support gerichtet. Dieser Ort steht unter Karapäen und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment. Verdrückt! Ich mach doch. Ja. So. Wollen wir Steine von der oder aus die Fnick ohne Ende hier. Oh, hart Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, jetzt haut ab. Und viel Glück. Hey, wartet. Feiner. In Deckung. Bogenschützen. Gute Arbeit Männer. Haltet ihr euch. Die Kathedrale. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Gucken. So, bis man so einsammeln kann hier. Sticker da mit dem ganzen Loot und ja, sie steht da mit dem Loot. Wäre ja auch nett. Ach, zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Die müssen doch nicht schießen. Wir leben doch alle in Vreen. Ach, Alter. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Amicia. 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 Wow. Weg nach hinten gehen wohl und da was da steht. Hm. 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 Wiese bitte. Weg dahin gekommen. Frag mal so. Gesehen habe ich sie ja. Was ist los, Rodrik? Hm hm. Was ist los, Rodrik? Hm hm. Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Seine Mutter? Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Oh. Ach die Schmiede. Haben sie denn los niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters. Wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Sehr schön. Also die Feuer kriegt mir mal anzünden, oder? Nö. Schade eigentlich. Das war jetzt auch nur für eine Trophäe hier. Okay. Trotzdem fragt mich, wie ich an die scheiß Blume wohin herangekommen wäre. Das kann halt nicht sein, dass man... Nervig. Naja, gut. Machen wir jetzt eben auf diesen hier. Rodrik! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Hey! Hey! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Soldat! Da vorne sind Soldat! Amicia, die gehören dir. Oh, Alter! Ich bewege mich die ganze Zeit im gleichen Tempo. Und jetzt kackt er rum. Willst du mich rollen? Oh, kann er jetzt nicht sein. bom. Ja, Mann! Das war's! Oh, Mann! Ja! Ich finde, die Erinnerung sollte er auf jeden Fall noch haben. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Mhm. Jetzt noch mal zurück. Noch mal da ran. Könnte schon wieder kotzen eigentlich. Warte mal kurz. Waren jetzt hinten noch Steine oder nicht? Nö. Nö, nö und nö. Einfach nö. Der Karren! Rodrik! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Suche.